Alle Herren, nicht bloß hier. Ich bräuchte Hilfe! Hilfe! Bistie! Am Singlet. Okay, ich bin tot. Ach, wirklich? Oh, ja, Mann. Das muss ein Zombie. Ich weiß nicht, was ich mit... Ich weiß nicht, was ich mit meinem Geld anfangen soll. Oh, ja, ich brauche Hilfe, Jay. Aua, ja, Mann. Schild eure Nippel. Ich bin tot, ich bin tot. Lauf doch. Alter. Wie, jetzt schon auf Runde? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh, Gott sei Dank. Warte dich, rette dich mal. Oh, Mann. Maximumni! Maximumni! Weck dich das. Dankeschön. Oh, maximale Monitoren! Nein! Maximale Monitoren! Man. Wir brauchen jetzt mal einen Scheid. Der Vieh, der Vieh, der Vieh. Warum haben wir die Höllenhunde nicht ein? Ne, leider nicht. Ich hab Schreiner bekommen. Der Schreiner Friedrich ist mal wieder da. Yeah. Hey, schon. Ich hab mal Jugger drauf. Cool. Will ich auch mal machen, wenn ich viel Geld habe. Was ist das denn? Was? Okay, gut. Hier gibt es was. Hier ist es. Quick Revive. Quick Revive. Das nehme ich mal. Ah, das ist auf Englisch. Nein, das steht sowieso auf Englisch drauf. Quick Revive. Dann haben wir hier noch Double Top Road Beef, was auch immer das ist. Nehm ich mir auch mal. Du hast zu viel Geld. Ja, auf jeden Fall jetzt. Von 6000. Warum hast du nicht die Taser, äh, die Taser Schlager? Ah, mein Gott, ich mag keine Nahkampfaffen. Ja, aber ich bin später einmal. Weil du einmal größer bist und Jünger, Alter. Oh, ich hab grad sowas geschluckt. Damit kann man... Interfills. Interfills. Viel schneller. Oh, jetzt hätte ich mir das ganz kaufen müssen. Na, damit kann ich viel schneller Leute töten. Also Zombies töten und so. Ah, das ist so. Nein, ich hab das getrunken. Bis jetzt. Ja, das ist so Juggerlok. Doppelfeuer. Nein, nein. Das ist Doppelfeuer Malzbier. Was macht Doppelfeuer? Yeah. Ich hab jetzt die drei Sachen gekauft, die ich hier gefunden habe. Gibt's noch was? Was ich... Ähm, Wiederbelebung. Das haben wir. Ah, das hier, ja. Speed Cola. Ach, das... Nicht genügend Geld, leider. Ich brauche ne neue Waffe. Ich hab keine Muni mehr in meiner Shikon. Double Points. Ja, ich hab ne Shikon. Ne Shikon. Los, los, los. Raygun oder DSR. Heiß, heiß, heiß. Heiß. Schau dir die... Jesus Terror Shit an. Schau dir's an, schau dir's an und meine. Oh, ho, 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 ho. Ich bin die drei Sachen, aber jetzt verschwindet bald etwas. Was denn? Keine Ahnung. Irgendwas blaues. Oh, scheiße. Wie wir es haben... Wie wir es haben... Wie wir es hier mal mit Barrikade. Und warum springen die Zäune nicht einfach über die Zäune? Weil sie zu Zäune stehen. Sie können... Sie können... Sie können... Ein Balkon können sie hochspringen, aber ein Zäun... Zäun überklettern nicht. Ein Zäun. Ein Zäun. Ein Zäun. Ein Zäun. Ja, löbisch. Ah, scheiße. Ein Zäun. Ich hab' nun in Apiditit dabei... Da fu... Ach, hilf! Du bist da... Ah! Na, echt viel Spaß mit Apiditierung zu spielen. Oh, wir kommen. Wir kommen ein bisschen weiter als letztes Mal. Aber hier gibt's auch keine Türe, die man öffnen kann, oder? So, es gab ja. Warum er früh wie dich nicht? Alter, hau ab! Ich wohne. Also mit Apidierung. Ich hab' mal hier ist ja klar. Schmerkruppel. Winken und Schwieg. Boii. Boi die Zäun! Boi die Zäun. Boi die Zäun. Bboi die Zäule. Boa tutti. O index! O index! Ah ouais, lass mich in Ruhe Frau. Sag mal hier noch kleinere Krüppel! Denn den sch relevance wird ... Na Ridolin! Bis man wie ein Fenster findet. Friedolin könnte so weit schlafen! Haha, wer kennt's So! Können Schleifernbank machen! Das radstucht! Jetzt geht's hier! Euch? Wir haben Hие wieder Beziehung... Schleuchwerbung? Ja, die schleißen. Die schleißte ich. Au. Eis. Au. Ah, nee, heiß doch nicht. RPG-Killer. Ja. 108 Abschüsse nur. Meine Fresse. 149. Junge. Ich habe 87 Abschüsse. 88. Okay. Ähm. Ich habe nur noch 5 Schüsse. Ich gehe mir das kaufen, was hier im Haus steht, die Speedcorer. Sie müssen erst den Strom einschalten. Äh. Da fuck. Speedcorer. Also wo steht das hier? Hier. Äh. Joder? Okay, wir müssen alle Türen öffnen gehen. Ich öffne Türen. Okay, wie ich... Wo kann man... Irgendwo muss doch hier irgendein... Komm, komm, ey. Töte nicht den Kruppel. Ja, genau. Den Kruppel geht macht. Ja, schon, war. Für sie nicht deine Mutter. Ah, Max M.O. Alter, Mann, ich wollte hier gerade mit dem Appetit drauf gehen. Oh, 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 oh. So, ich habe mir nur noch... Ah, 20 Schüsse. Äh, äh, äh. Stopp doch mal! Also wir sind jetzt Runde 12, wenn wir jetzt ablösen, dann sind wir schlecht, dann haben wir unseren Rekord nicht geschafft. Ja, unser scheiß Rekord ist, äh, 15, glaub ich, oder? Nein, nein, von der Aufnahme meine ich. Ah. Mann, ich bin zu durch mit der... Wailger. Alter, ich mache hier nur noch Nosecope, ich ziele gar nicht mehr damit. Tiesa war für hier. Ja, Wailger nicht aufhören. Es macht eh nicht voll Spaß, hier mit dem Appetierung zu laufen. War, weshalb, was, wofür ist nochmal Speedcola gut? Äh, fast voll. Ja, Speed, natürlich, aber irgendwie merke ich keinen Unterschied, ehrlich. Ich habe Speedcola, aber... Ich muss auch sprinten. Ja, ich sprinte, aber ich kann nur länger sprinten, das ist es. Ja. Und ein bisschen schneller. Ein bisschen. Und da. Eine UC für meine guten Zombie-Freunde, hallo, bist du aus Türkei eingereist? Oh, ja, ich bin nicht ein... Ich habe mal hier seit meiner Mutter. Was hat Mutterkart getötet? Eine UC für meine guten Freunde. Apigee-Killer. Oh man, Piu-Piu. Ich habe jetzt einen A5-Schuss. Wir brauchen, wer die Stromriff nun mal wieder nicht bezahlt. Ja, wer wohl. Entschuldige. Entschuldigung. Okay, ich kann die Manns-Born von Zombies. Alleen, Napoleon. Fertig. Le Ficke Diche. Entschuldigung. Kann jemand mich mal kurz beschützen? Ich muss mich kurz, Entschuldigung, ich muss kurz aufkacken. Ganz, ganz kurz. Tauersch, du bist. Warum gehst du ab? Scheiße. Ich muss kurz aufkacken, es ist dringend. Wird du gern? Es ist etwas Privates, was ich jetzt nicht hier erwähnen möchte. Ähm. Jetzt habe ich mir gerade selbst in die Presse geschossen. Nur noch zwei Schüsse, ne? Noch zwei Schüsse, ne? Dann gehe ich mir meine nächste Wache holen. Kaboom! Ja, Gott sei Dank. Kaboom! Ich renne noch ein, ich renne noch eine Runde. Ich renne noch eine Runde. Hey, Jay, kannst du mich kurz mal... Ah, das ist keine Muni mehr. Jeffrey, kannst du mich beschützen, bitte? Ach, wo bist du denn? Hier oben in dem Haus, wo wir immer machen, wenn wir aufkacken gehen, schnell. Ja, ich komme. Was hab ich, was hab ich? Was hab ich, was hab ich? Geh mal, komm, 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 komm. Geh mal, komm, 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 komm. Ich kampe gerade hier. Ich kampe gerade hier. Trestaple, Punkte. Buh! Jay, ich kann dich sehen. So. Kack! Oh! Oh! Oh, du! Oh, du! Oh, du! Oh, du! Oh, du! Koch durch den Taser, das war's! Ja, ich schaff keine 6000! Ich schaffe 7600! Ich schaffe 7600! Okay, ich kaufe mir den Taser! Das ist nach Kampf, oder? Ist das ein, das ist nach Kampf, oder? Ja! Äh, ist das eine Waffe? Also, ah, nein, 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 nein! Jetzt verreckt ihr nicht! Nein, aber fast! Alter, ich brauche Hilfe, unbedingt! Okay, mach mal Platz! Mach mal Platz, mach mal Platz! Ja, ich hab 25 Action! Da ist ein behindert, da nicht killen, nicht behindert, da ist ein behindert, da ist ein behindert, nicht killen! Da liegt ein behindert, ein behindert, Alter, ich hab keine Mutti mehr! Schlagring, komm zu Papa! Headshot! Taser! Alter, diese selbst macht Zombies! Taser! Ich hab' die, die mögen die! Wo sie ist, Bid Gola? Keine Ahnung! Ich hab' den Krupper! Ich hab' den Krupper! Ich hab' den Krupper! Tron ist wieder angegenert! Ich hab' die Strom! Ja, ich hab' die Strom! Ich hab' die Strom gezahlt! Ich hab' die Strom gezahlt! Ja, ich hab' die Strom gezahlt! Ja, das ist voll geil! Ja, das ist voll geil! Wo steht die Speed Gola? Wie viele Punkte gibt es ja, ein Kill mit dem Taser eigentlich? Was, das ist so auf? Das ist so auf? Ja! aber ich habe den geschehen in den deutschen der 5 trotzdem ich habe den Ganatenwerfer oder ein das war aber am Anfang das ist auch nicht selbst und das ist es für geschehen ein er würde er schafft erledigt ein paar Gebäude Der Flop. Flop. Wow, wie schnell der ihn, das nachladet hier, man. Wow. Alter, diese Geraden, wer ist der größte Shit, man? Fast. Ja, der größte Shit. Ich hab doch gesagt, der Shit. Triple kill mit dem Taser. Der Promat wer vor. Ah, der ist voll low. Max Abow. Und Max Abow. Also, man, ich will mir aber jetzt noch eine Waffe kaufen. Fuck. Man troffet sich jetzt keine... Oh, mein Gott. Was hast du bekommen? Ich will jetzt wieder eine neue Waffe kaufen. Also, das ist voll wenig Punkte, finde ich, Jayman. Was ist los heute mit dir? Ja, Kriegsmaschine. Was zum Teufel ist das? Der Granat. Der ist nicht so geil. Den musst du im Haus benutzen. Da ist der geil. Ich weiß. Ich weiß. Ah, hinter mir. Ich komm nicht mehr. Stirb, Frau. Boah, Gott sei Dank. Stirb, Frau. Madame, können Sie sterben? Ja. Aber jetzt musst du jetzt schon zweimal mit dem Taser schlagen, um die Zombies zu töten. Ja, wir werden dann auch einmal. Also, ein paar Mal. Ah, scheiße. Hier ist die Tür auf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Haben wir normale Granaten oder haben wir Samtags? Ich glaube, Granaten, oder? Granaten. Okay. Wow, YOLO. Lolo. Lolo, zwack, zwack, zwack. Afrika. Ja, zwack, zwack, zwack. Aber ich verschieße jetzt mal meine Monikschladen an. Hey Leute, wir sind schon unter 14. Wir haben den Rekord trotzdem gebrochen. Was hat die denn gebrochen? Hatte jetzt, ich war gerade erst in der Kiste und habe mir den Taser gerade erst gekauft. Und ich habe mir die Granaten. Das ist der Granatenwerfer von Jay. Der YouTuber, der YouTuber. Ich kaufe mir eine neue Waffe. Also ich muss mir jetzt wieder eine neue Waffe kaufen. Ähm, Fail? Was? Ich kaufe mir auch eine neue Waffe, die Kriegsmaschine bringt es nicht mehr. Die Welle dann bringt. Alter, ich spiele jetzt mal ganz was mit der Welle, da. Oh, nicht die Haare. Die ist zwar geil, aber ich habe jetzt sogar keinen Bock auf die Ente. Oh, so mich anzuschreien. Oh, RPD, lol, man. Genau wie in der vorherigen Runde, man. Ah, geil. Du kannst aber nicht aufpunchen. Scheiß drauf, man. Vorhin hatte ich auch eine RPD und ich war voll geil drauf. Ich hatte, vorhin hatte ich auch eine Hamre. Und eine RPD und jetzt wiederfühlen. Äh, so. Jetzt jetzt, ja, oh, scheiße. Ah, ja. Boah, ja. Ich schlug jetzt noch 500 Punkte, das kann ich mir Wiederbelebung kaufen. Frau, komm her, dass ich dich töten kann. Frau, Mann, komm her, dass ich dich töten kann. Wiederbelebung. Habe schon. Ja, ein Schreiner. Friedo kommt wieder. Ähm. Kaboom. Das ist jetzt. Ey. Ach, da, wir sind wieder im Spiel. Wir sind wieder im Spiel. Ja, die... Alle Pels sind wieder am Spiel. Ja, Spiel, hallo. Ja, war am Anfang schlecht. Nein, so schlecht haben wir eigentlich gar nicht gespielt. Besser als vorhin in der Aufwärmrunde. Aufwärm. Ich bin jetzt nicht so nervig. Oh, fuck. Ich hab' mich da ja blauen Augen. Nein, echt jetzt? Ja, der Rest ist so gar nicht drauf. Schau mir in die Augen, welche Augefarbe habe ich. Weiß. 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 So, warum? Ich habe noch alle meine vier Sachen. Warum? Aber rumvoll. Das ist wie Acts, klar. Ja, aber vorhin in der Runde waren die alle nach Zeit wieder weg. Stand klär. Nein, 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 nein. Danke, danke, ich kann dir nicht helfen. Danke, Jeffrey. das heißt dass er das ist gerade in der Tat von der Tumann ist sie in Dauberin drauf hallo er hat ja auch das ist die Schüsse an das geht mir auf den aborten aborten da ich weiß nicht